hallo liebe leute es wird nacht und wir gehen wieder nach hause schlafen na du kannst du kannst hier bei meiner freundin reingehen dann gehe ich schnell zu mir da muss er nicht so weit also so übers wasser oder wie auch immer okay dann gute nacht schon bist du schon im bett ja so soll ich jetzt wirklich normalerweise haben wir den letzten part zum schluss gesagt wirklich wir gucken mal das im nächsten part an aber ich bin jetzt gar nicht überlegen ob man lieber ins nether gehen oder wir gehen jetzt ins nether eben immer ich will das drüben noch mal angucken ich glaube da guck mal das in der komplett nächsten session drüben an und da hat sich da wenigstens richtig reichlich was verändert genau also komm mit ihr schneller und schneller gehen ich habe keine schaufel mit es ist wurscht wir laufen eigentlich jetzt nur ich muss darf bloß den kompass hier nicht vergessen ich brauche dann los da und das ist halt wichtig deswegen bin ich hier ja dann habe ich schon raus genommen ja eben aber das sind nicht viele blöcke geworden deswegen ach so ja naja also mit close down das wird schwierig weil das musste irgendwann anders machen wir haben heute die mission uns ein pferd nach hause zu holen und das wird stressig er verbietet mir ist doch auf dem kloster und naja gut ja da musst du erst mal hinkommen warum ist das hier eigentlich bei dir so komisch steht oder nether wieso was ist da komisch na weil bei dir das irgendwie alles luft ist also alles hell ja weil es weit weg ist und der shader der stellt hinten das als himmel da warum auch immer ich wollte ich wollte dich beobachten okay hier ist jemand gestorben na hier stehen auch so grab stein stimmt 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 so wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er da drüben rechts gut gestorben rechts wie moment ich muss das war es brennen jetzt kannst du es ausmachen mit links klick das müssen wir hier einmal rüber und hier ist die besagte liane die hier runter gewachsen ist die mich getötet hat da unten ist aber noch so ein vieh das hat mich gerade auf mich geschossen ne den einen habe ich kaputt gemacht wo ist das gerade so eine kinderstimme haben muss das vieh ja das ist echt ekelhaft da unten ist auch noch ein kreuz und hier was im himmel ragt ja ja das habe ich aber schon wieder aufgesammelt okay das scheint mir öfters hervorzukommen den grabstein in letzter zeit schon sag mal ist das jetzt eigentlich mit dem von cd nee nicht von cd ist von andy mit dem mit dem dings verbunden mit was mit was verbunden andy ist da hat auch ein portal in netter ja ist das jetzt eigentlich damit verbunden ja da kann ich dir den weg dann noch zeigen der geht aber woanders lang okay ich bin jetzt hier einfach nur ganz weit im netter gelaufen sag ich jetzt mal damit oben weil weil ein block im netter bedeutet ja acht blöcke in der normalen welt das bedeutet da wo wir jetzt da rauskommen ist ewig weit weg und dann nehmen wir uns jetzt ein pferd also wir zähmen uns das hocken uns drauf hoffentlich auch ohne sattel und dann versuchen wir zurück zu reiten mit dem kompass krasse kacke das ist eine gute idee so ein bisschen noch landschaft angucken ja das ist ja das ist eine wirklich gute idee die gefällt mir aber du sprints oder kann das sein ja du bist immer weiter weg also hier die fleischblöcke sind auch gruselig die gibt es im normalen minecraft auch nicht was das goldene überwuchteter netter stein auch die dinger sind auch cool hier dieses seelens der seelsand ja ich habe immer gedacht da sinkt mal rein aber der verlangsamt nur der school für dich für dich sieht echt cool aus ein kleines stückchen sinkt mal rein bei den dadurch noch die seelen rauskommt da finde ich cool oder hinten gekonnt und mann ich jetzt hier hinlaufen das haufen kloster und na gut okay ich kann mit dir noch der auftrag lautet anders so hier ist das portal einmal durch bitte oder jetzt wo wir noch ein kleines stück dahin gehen können so ja bei mir wird es jetzt bestimmt tätig schon was auf mit der lava da gut da hinten ist der kackstift für die höhle die ich dann mit dem schneckerl erforschen werde das war eigentlich der einzige grund warum ich das erstmal hier gebaut habe aber für uns ist dahinten das wichtig weil da stehen die pferde rum und pferde habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen drei cent ich liebe es welches nehme ich denn und ich habe mich so finster aus ich will deshalb das ist das ist ein winitou pferd ja hast du mir vielleicht auch was mitgenommen dass ich die füttern kann oder ja aber irgendwie irgendwie will der nicht ach doch jetzt hat schon komisch wenn wir kurz hier dass der einmal äpfel und weizen mal habe ich genug dabei ja okay super okay aber aber irgendwie scheint es nicht zu klappen das meint hier ich fütter den zwar aber der bekommt keine herzen ist das normal gibt es hier noch mehr pferde aber jetzt probiere ich mal nur mit der hand ah genau ich glaube man muss gar nicht füttern das schmeißt einfach nur auf die drauf ja ja der schmeißt sich wieder runter und dann musste wieder drauf bis er dann irgendwann gezähmt ist ich hab's aber scheiße nein man kann nicht reiten ohne sattel man kann nur drauf sitzen na sag mal hast du im netter net noch irgendwo kisten rumstehen die da irgendwo dann könnte man mal im netter ein bisschen suchen und darf da sind meistens sattel drin also bei hier zumindest habe ich da haufen sattel gefunden ja aber die kisten sind alle schon leer weil entweder markus oder der andy schon da unterwegs aber können ja weiter gucken noch ein bisschen ich schaue jetzt mal eine leine an leine braucht man schleimball ich bin eh ich bin tot entschuldigung ich habe diese schlaken ich habe den mini zu mir habe dich auf ich jetzt muss ich doch mal komplett durch aber dafür unterbreche ich mal kurz die aufnahme dann kannst du ja gleich mal nachgucken ob du vielleicht irgendwo genau weil dann bringe ich nämlich fäden mit ob du vielleicht sogar ein sattel findest im netter nee aber wo denn naja auf jeden fall bis gleich okay dann mache ich mal hast du auch schon stopp gemacht naja dann kannst du ja weitermachen ich muss nämlich mal ganz kurz wohin ich bin gleich wieder da ach so ja gut okay wir werden dann mal ganz kurz noch mal ach da oben ist das feuer des netter da machen wir das jetzt nämlich mal ganz einfach wir versuchen jetzt mal einen sattel aufzutreiben okay ich bin jetzt hier da dort ich möchte jetzt gern sowieso in richtung mal das close to uns laufen schauen wir mal ob wir hier noch irgendwas finden wir müssen aufpassen denn wir können uns nicht wehren obwohl ich mir von ctes ruhig hätte mal obwohl ich mir von ctes ruhig hätte mal pfeil und bogen mitnehmen können das ist nasser quartz das ist schon irgendwie sehr unheimlich da ja nasser das war dringend das war kein problem ähm fäden braucht man für eine leine und ein schleimball ein schleimball na gut aber mit leine musst du dann halt auch wieder zurücklaufen das ist das problem ne ja naja musste ja so oder so irgendwie auch ach ich hab nur einen schleimball mist das ist nicht gut wo habe ich die ganzen fäden schon wieder hin das gibt es doch nicht die kommen immer abhanden hatte ich mir welche beim marcus ausgeliehen und die sind auch schon wieder weg das kann doch gar nicht sein also irgendwas stimmt da nicht okay wir wollen das jetzt so ich höre ja auch dieses kindergequänge ach du bist schon wieder auf dem heimweg oder was nö nö ich bin noch an dem hä an dem nässertor aber ich suche guck halt nach einer leine äh nach einer leine sag ich schon nach ein sattel ein sattel genau und kann mir dabei den kloster noch mit abreißen ach stimmt genau du willst ja dann ja das ist ja perfekt aber ich verstehe das überhaupt nicht irgendjemand stibitzt glaube ich die fäden das gibt's doch überhaupt nicht kann doch nicht sein dass die schon wieder weg sind so sammelt also irgendwie kann das sein dass der server ein kleines bisschen langsam ist also es ist nitrato die höchste stufe die man haben kann von minecraft server aber es kann natürlich sagt naja obwohl jetzt ist spät abends manchmal ist es so dass die nitrador server halt auch überlastet sind okay ich muss mir schon wieder fäden klauen oder wer weiß vielleicht kann ich mir auch ein sattel klauen irgendwo ja das wärs ja dann klaut jetzt gleich zwei ach schlafen erstmal t des spins wurde von onkel erschlagen wie geil ach ja solche geschichten schreibt nur das leben oder minecraft weil im wahren leben würde ich dich nicht erschlagen glaube ich nicht passiert schon mal aus versehen so ein bisschen close down und das ding ist jetzt ich habe jetzt auch keine fackeln mit ach ich sehe nämlich hier kaum was in der scheiß dunkelheit kohle hast du auch nicht ne aber warum hörst du die ganze zeit dieses moment wir gucken mal hier um der ecke rum der wieder der überfällt mich jetzt und hört mich zu brei aha da ist sie auch schon gebaut kleines ding wo ist das denn da aber wenn ich jetzt wirklich ein sattel finden würde bei jemandem der hat sich ein nether portal hierher gebaut wer da der markus mitten in seinen naja denk schon grimmerling ne glimmerling was ist denn das vielleicht gefährlich nö biome ist ein blende das ist ein pilz oder sowas ach so ach so hm 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 boah diese diese geräusche in dem da so ey das ist ekelhaft oder hm hm aber man kriegt close down hm 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 na dann geh ich doch mal zum andi rüber hm 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 ah ne weißt du was hm nimmst du eigentlich noch auf ja ja noch Öffram noch 5 minuten ach sst ja das ist scheiße weil ich muss dann auch 10 minuten aufnehmen noch Ja, da bin ich dann halt, äh, äh, nehm ich dann halt mal die 10 Minuten nicht auf. Ist doch wurscht. Okay. Ist alles, alles regelbar. Oder willst du gleich aufnehmen und, ach, keine Ahnung. Nee, nee, nee. So. Ja, ist halt auch gerade sehr interessant, hier im Nessau rumzustiefeln. Für meine Leute, ne? Okay. Wir müssen uns hier mal, ah, hier kommt man mal runter. Oh, ist das dunkel hier. Ich hoffe, ihr seht was, Leute. Hehe. Und ich hoffe, ich finde dann auch zurück, das ist das Problem. Glaube ich. Problem number one. Aber ich bin ja jetzt noch nicht so weit gelaufen, dass ich jetzt sagen würde. Hui. Ich hab keine Fackel. Die Feuerblumen sind auch cool. So eine würde ich mitnehmen. Auah, auah. Oh. Auah, auah. Au. Boah. Boah. Kann der da? Unendliche Weiten. Aber es gibt halt wieder auch bloß Kisten in so Burgen drin, ne? Und die Burgen, die sind Ja, wir haben da schon eine Burg Ich bin da gerade auf dem Weg hin Und werde mal schauen, ob wir nicht da noch ein paar Kisten finden Erstmal brauche ich noch Fackeln Und da mache ich jetzt mal richtig viele, ey Die gehen einem hier ständig aus Ja, ich merke schon Ich bin hier auch schon gerade ein bisschen am Abdrehen weil ich nichts sehe Ich bin bald da Ja, ich glaube nicht, dass du mich findest so einfach Doch, doch Nein Hab ich gestorben? Nee, ich bin runtergefallen Ich komme mal zurück zum Portal denke ich mal, weil Ich Ich sehe nichts, das ist das Problem Und wenn ich schon nichts sehe, dann sind die auf YouTube da Die Es ist gar nichts Total Black Screen Aber ich habe wenigstens closed down Die Mission habe ich jetzt wenigstens nebenbei noch gemacht, die ich gar nicht machen durfte Wer sagt, dass du es nicht machen durftest Ich wollte halt zuerst mit dir im Theater holen Ich weiß das Ich verstehe es doch Das ist doch nur Spaß Das ist nur Spaß Und wenn das nicht ernst Du bist halt so Nein, ich habe mich verlaufen Oh weia Das ist nicht gut Oder kam ich jetzt nicht von da? Stimmt Ich bin hier in der Netherburg unterwegs und schaue nach Kisten Achso Okay, dann würde ich sagen Wir sehen uns morgen Äh, bis jetzt morgen Wir sehen uns bald wieder Bis denn Ciao Ciao Ciao